Sehr verehrte Interessenten, wir laden Sie ein zu einer Videobesichtigung einer sehr großzügigen Gewerbeeinheit in Kelkheim-Fischbach in der Liegenschaft Kleblathaus. Wir haben getrennte Damen- und Herren-WCs, einen sehr großen offenen Arbeitsbereich, vielseitig nutzbar, selbstverständlich voll klimatisiert. Mit Garderobe, Tee-Küche und kleiner Cafeteria. Es gibt diverse Einbauschränke. Weitere helle und gut nutzbare Räume, die teilweise auch untereinander verbunden sind. Abstell- bzw. Möglichkeit eines Server-Raums. Ein weiterer großer Raum, natürlich mit Beleuchtung und ebenfalls voll klimatisiert. Zur Liegenschaft gehören ebenfalls Parkplätze, sodass es hier auch kein Problem gibt, wenn die Leute mit dem Auto anreisen. Eine Bushaltestelle befindet sich in unmittelbarer Nähe. Der S-Bahnhof Kelkheim ist 1100 Meter entfernt. Entfernt.